Der Magen der kleinen Nathalie hörte nicht auf zu knurren. Sie war so hungrig, und ihre Mutter war immer noch nicht zu Hause. Diese reichen Leute sollten aufhören, meine Mutter so viel arbeiten zu lassen. Ich wünschte, wir wären nie aus Frankreich weggezogen, dort hätte sie nicht so hart gearbeitet. Als sie nach draußen ging, hörte sie schon von Weitem laute Musik aus dem großen Herrenhaus. Ihr Bauch sagte eher, sie sollte da hingehen, und sie fand heraus, dass im Garten eine große Party war. Nathalie begann zu sabbern, als sie das riesige Festmahl sah. Jemand versperrte ihr den Weg. Was glaubst du, wo du hingehst, kleines Mädchen? Ich bin hungrig, kann ich etwas Fleisch haben, bitte, und ein Glas Saft? Sieh dir nur die schmutzigen Kleider und Hände an, ekelhaft! Du bist hier nicht willkommen, Kind, hau ab! Nathalie war so wütend. Gerade als sie sich zum Gehen wandte, bemerkte sie einen Jungen in ihrem Alter, der sich im Gebüsch versteckte und wütend war. Er starrte auf ein Dienstmädchen. Wie können Sie diese Früchte an einen dummen Korb servieren? Wir haben ein teures Tablett für sowas. Noch ein Fehler, und sie sind gefeuert. Mr. Harrison versuchte, seine Frau zu beruhigen, während ihre Tochter Harper, die im gleichen Alter wie Nathalie war, alles schlimmer machte. Ähm, ich habe keine Lust mehr, Früchte zu essen, Mom. Diese Frau hat mir den Abend verdorben. Nathalie tat das gedemütigte Hausmädchen so leid. Sie gesellte sich zu den Jungen. Ich hasse diese Leute. Ich auch. Und das ist meine Mutter, die sie anschreien. Sie haben all das leckere Essen überhaupt nicht verdient. Also, warte, was willst du tun? Mama hat gesagt, man soll nichts Böses tun. Aber er ignorierte sie einfach und zerrte einen im Sack mit Dung. Dann begann er, auf einen Baum zu klettern, der den Garten überblickte. Doch kurz darauf knackte der Ast unter ihm weg. Und er verbreitete überall Kutung. Alle schrien auf und Frau Harrison sah so aus, als würde sie explodieren. Sie rief nach dem Sicherheitsdienst und Nathalie dachte, sie müsste etwas tun, um ihren Freund zu retten. Und so rannte sie in den nächstgelegenen Stall, ritt auf einem jungen Pferd und ließ es durch den Garten rillen, wobei es die Party ruinierte. Ihr kleinen Schlingel! Nathalie packte den Jungen an der Hand und sie flüchteten. Ich kann nicht glauben, dass du das gerade getan hast. Du bist cool! Nathalies Bauch gab plötzlich ein Knurren von sich. Er gluckste und holte ein Apfel raus. Für dich! Mach zwei! Ich hab dich gerettet! Haha! Ich bring dir bald noch einen versprochen! Wie heißt du? Nathalie und du? Caleb! Schön, dich kennenzulernen, Nathalie! Ja, finde ich auch! Und von da an wurden Caleb und Nathalie beste Freunde. Als sie aufwuchsen, teilten sie ihre Liebe zum Essen und ihren Hass auf reiche, gemeine Leute. Besonders auf Leute wie die Harrisons. Caleb war elf, als seine Mutter einen Mann kennenlernte, Mr. Cross. Seine Mutter sagte, dass Mr. Cross sich von nun an um sie kümmern würde. Hallo Caleb! Deine Mutter sagte mir, du magst Äpfel und lesen? Nicht lange danach heiratete Mr. Cross Calebs Mutter und er wurde in Calebs Augen zum Held. Er war so begeistert von seinem Stiefvater. Wie klug und stark er war und wie gut er zu ihm und seiner Mutter war. Wenn ich groß bin, will ich so werden wie du, Dad. Ich bin sicher, das wirst du. Du wirst besser sein als ich, mein Kind. Er half Caleb bei seinen Mathehausaufgaben, gab ihm Tipps, wie man seinen Taubenschlag baut und er gab ihm eine richtig gute Lektion fürs Leben. Mein Vater hat mir was erzählt und ich möchte es auch mit dir teilen, weil du mein bester Freund bist. Ja? Okay. Er sagte, dass wir manchmal für uns selbst einstehen und uns wehren müssen, egal was. Ja, wir wehren uns auf die richtige Art. Mama hat gesagt, wir sollten nicht schlechte Dinge tun, egal was, ich weiß. Aber ist es schlecht, sich zu wehren? Ich will nicht zulassen, dass uns Menschen schlimme Dinge antun. Du sprichst immer davon, wie ungerecht das System für die armen Menschen ist. Ja, ich denke, wenn dich jemand verletzt, werde ich ihm wehtun. Nathalie war überrascht, wie fest Caleb das sagte. Als sie plötzlich ihre Position änderte, verlor sie das Gleichgewicht. Caleb half ihr auf. Also, ich weiß nicht, ob ich ein Zaun oder ein Boden bin, aber... Dann trat Caleb gegen den Zaun und stampfte mit dem Fuß auf den Boden. Nathalie fand es lustig. Ihr gefiel der Gedanke, dass Caleb ihr Beschützer war und sie war wirklich froh, einen besten Freund zu haben. Und im Laufe des Jahres begann sie ihn immer mehr zu mögen. Aber sie hatte viel zu viel Angst, es zuzugeben und die Freundschaft zu zerstören. Eines Tages in der Highschool beschloss sie, sein Lieblingsessen zu kochen und ihn zu überraschen. Aber ihr Herz schmerzte vor Eifersucht, als sie ihn mit einem anderen Mädchen sah. Ist das für mich? Bevor sie antworten konnte, stürzten sich die Mädchen auf Nathalie. Warum bist du mit diesem Idioten Caleb befreundet? Dieselbe Frage. Hübsche Jungs wie du können mit hübschen Mädchen wie uns rumhängen. Plötzlich legte Caleb seinen Arm um Nathalies Schulter. Meine Freundin ist kein Dumpfkopf. Sie ist das klügste, coolste und schönste Mädchen, das ich je kennengelernt habe. Also hört auf, so einen Quatsch zu erzählen. Freundin? Als die Mädchen gingen, warnte sich Nathalie an ihn. Warum hast du diesen Blödsinn erzählt? Die Mädchen werden mich für immer hassen. Bist du sauer? Ja, ich bin sauer, weil du gelogen hast. Wir sind nicht zusammen. Wir sind nur Freunde. Gut, es tut mir leid. Aber was ist, wenn ich mehr als das will? Was? Was meinst du? Kann ich deine Hand halten? Nein, ich liebe dich, Nathalie. Ich liebe dich, seit wir Kinder waren. Liebst du mich auch? Calebs aufrichtiger Blick brachte sie zum Schmelzen. Ja, ich glaube, ich empfinde genauso. Caleb lehnte sich näher, wobei sich die Lippen schließlich berührten. Oh, danach wurden die besten Freunde zu Liebhabern. Und Nathalie war wirklich glücklich mit Caleb als Freund. Aber mit der Zeit wurden die Dinge kompliziert. Seine Mutter wurde schwer krank und der Verdienst seines Stiefvaters reichte nicht mehr für die Medikamente. Also war Caleb gezwungen, weitere Teilzeitjobs anzunehmen. Er hatte kaum noch Zeit, die er mit Nathalie verbringen konnte. An diesem Abend gab es bei den Harrisons das übliche Abendessen. Mr. Harrisons sprach über die Fortschritte, während Mrs. Harrison ihren Sohn drängte, sich zu daten. Ich verstehe diese Eile nicht. Ich bin noch so jung. Ich werde später Zeit haben. Du hast noch genug Zeit. Habe ich nicht. Mama, ich konzentriere mich lieber auf die Schule als auf Dates. Liebe ist nur eine dumme Ablenkung. Nur Arbeit und kein Vergnügen macht die Menschen langweilig, Liebling. Erinnerst du dich an Sheila? Benjamins Tochter? Mom, ich mag sie nicht. Sie ist seltsam besessen von mir. Duke, sie sorgt sich um dich. Ach, lass sie ihn doch erstmal in Ruhe. Setz ihn nicht zu sehr unter Druck. Er wird jemanden finden. Aber Sheila ist vielleicht nicht mehr da, bis er sich entscheidet. Verstehst du? Ich glaube, sie würde so gut zu ihm passen. Diese kleine Frau. Sie sind wie füreinander geschaffen. Ich habe kein Interesse daran, meine Zeit mit Mädchen zu verschwenden. Oh Bruder, was ist mit Jungs? Willst du mir was mitteilen? Halt die Klappe, Harper. Nun, Sheila und ihre Eltern werden uns bald besuchen. Und du wirst Zeit mit ihr verbringen, damit ihr euch kennenlernen könnt. Wer weiß, vielleicht endet es mit einer Hochzeit? Als Duke das hörte, verspürte er den Drang zu lügen. Es tut mir leid, Mom, aber ich habe schon eine Freundin. Was? Also, ich gehe nicht mit Sheila aus, weil ich eine Freundin habe. Seit wann hast du eine Freundin? Sechs Monaten. Aber wir haben es geheim gehalten. Ich will nicht, dass sich jemand einmischt. Duke verließ den Tisch und beschloss, einen Spaziergang zu machen, um sich abzulenken. Plötzlich hörte er jemanden hinter sich und drehte sich um, um zu sehen, dass es Mr. Cross war. Oh, entschuldigen Sie, Meister Duke. Ich wollte den Spaziergang nicht stören. Sie sehen verärgert aus. Das bin ich nicht. Es ist wirklich nichts. Es ist nur so, dass Eltern manchmal sehr viel sind. Mhm, mhm. Haben Sie Kinder, Mr. Cross? Einen Sohn, im gleichen Alter wie Sie. Vielleicht sehen Sie ihn mal. Duke fühlte sich zu beschäftigt, also lächelte er den Gärtner an und ging davon. An diesem Wochenende erkrankte Nathalys Mutter an einer schweren Grippe, sodass sie später am Tag mit Caleb in die Stadt fuhr, Medizin zu kaufen. Sein Stiefvater rief ihn an. Ich muss bei einem Freund ein Paket holen. Warte auf dem Dorfplatz. Ich bin gleich wieder da. Nathalie kaufte die Medizin und setzte sich auf eine Bank auf den Stadtplatz. Am besten gefiel ihr die alte Pferdestatur in der Mitte des Platzes. Es ist so wunderschön und die magischen Geschöpfe. In diesem Moment bemerkte sie eine rote Augenklappe auf dem Boden. Sie hob sie auf und wollte sie anbringen. Und dann wackelte die Statue. Sie versuchte, sie zu stabilisieren, aber sie kippte zur Seite und zerbrach. Heiliger Strohsack! Nathalie starrte völlig schockiert auf den Anblick. Die Stadtbewohner versammelten sich schnell und rasteten aus. Wie konntest du so leichtsinnig sein und unser Stolz ruinieren? Ist es nicht schon schlimm genug, dass wir mit Freunden leben müssen, die unsere Stadt und Systeme schlecht machen? Und jetzt hast du unser kulturelles Erbe zerstört. Einige fingen sogar an zu weinen und Nathalie geriet in Panik. Sie versuchte, Caleb zu erreichen, aber der Akku des Handys war leer. Ich schwöre, ich habe nichts gemacht. Es war schon wackelig. Bitte verzeiht mir! Doch die Stadtbewohner waren stinksauer. Bald kam die Polizei und während sie sie befragten, wurden alle still und machten sich aus dem Weg. Nathalie hob den Kopf und sah die Augen von jemandem. Duke, dem ältesten Kind? Was ist denn hier los? Dieses Mädchen hat soeben einen schweren Schaden an dem öffentlichen Gebäude verursacht und wir müssen sie auf die Wache mitnehmen. Duke nickte ihnen zu und schon bald befand sich Nathalie in der Polizeistation. Bitte, Officer, lassen Sie mich erst nach Hause gehen. Meine Mutter ist krank und sie macht sich bestimmt große Sorgen. Ein paar Minuten später kam Duke raus. Sie können gehen. Ich habe mich um alles gekümmert. Wie? Ich habe 50.000 Dollar für die Strafe bezahlt, damit du nicht ins Gefängnis gehen musst. Was? Warum tust du das? Du kennst mich doch gar nicht. Weil ich dich brauche. Was? Was meinst du? Duke zerrte mich zum Reden raus. Hör zu, du musst einen Monat lang für mich als meine falsche Freundin arbeiten und ich werde dich dafür bezahlen. Es tut mir leid. Aber kannst du wiederholen, was du gesagt hast? Also, du siehst nicht so aus, als ob du Hörprobleme hättest. Ist das eine Art zu scherzen? Das ist super lahm. Nicht mal Hyänen würden darüber lachen. Sehe ich für dich aus wie ein Clown? Wie kannst du mir so einen lächerlichen Job anbieten, wenn du nicht mal weißt, ob ich einen Freund habe oder so? Hör zu. Es ist mir egal, ob du Single bist oder nicht. Ich bin nicht interessiert. Du musst nur so tun, als wärst du meine Freundin und alle überzeugen, dass wir zusammen sind. Aber warum brauchst du überhaupt eine falsche Freundin? Du kannst auch eine echte haben. Nimm einfach irgendein Mädchen außer mir. Ihr Reichen bekommt doch eh alles, was ihr wollt. Ich hab dich gebeten, meine falsche Freundin zu sein, nicht ein Interviewer zu werden. Unter vier Augen bleiben wir einfach Fremde. Ich kann morgen einen Vertrag vorbereiten. Wie kommst du darauf, dass ich dein Angebot annehme? Ich will diesen seltsamen Job nicht. Mach dir keine Sorgen. Ich werd mir was anderes überlegen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Nimm meinen Job an oder gib mir sofort mein Geld zurück. Es sollte genau der Betrag sein, den ich ausgegeben habe, um deinen armseligen Hintern zu retten. Sie wollte schreien wegen der Erpressung, aber na gut. Lass mich drüber nachdenken. Ich hab nicht viel Zeit. Ich geb dir einen Tag. Wir treffen uns morgen in einem Café. Bevor Natalie noch was sagen konnte, drehte er sich um und ging. Als sie nach Hause kam, fand sie Calebs Nachrichten, in denen stand, dass er im Haus des Freundes seines Stiefvaters übernachten würde. Natalie musste unbedingt mit ihm reden, aber sie machte sich Sorgen, wie er reagieren würde. Außerdem wollte sie ihrer Mutter nicht noch davon erzählen, damit sie sich nicht unter Stress setzt. Also ging sie später auf den Lieblingsplatz, um alleine zu sein. Caleb war da. Hey, was machst du hier? Warte, Ned, weinst du etwa? Sag mir, was los ist. Sie erzählte ihm alles. Ist das dein Ernst? Du hättest dir nicht helfen lassen sollen. Er hat sich selbst drum gekümmert und ich könnte nicht 50.000 Dollar zahlen. Aber warum will er ausgerechnet dich? Das ist doch blöd. Ich dachte, Harper wäre böse. Ich hätte nicht gedacht, dass der Bruder noch schlimmer ist. Hör zu, wenn er mir nicht geholfen hätte, säße ich jetzt einfach so im Knast. Aber er wollte doch nur, dass du den Job machst. Was soll ich denn sonst machen? Er hat mir keine Wahl gelassen. Zu sehen, wie meine Freundin mit einem anderen Kehr ausgeht, ist voll da, Ned. Es spielt keine Rolle, ob es vorgetäuscht ist oder nicht. Caleb stand auf und war wütend. Okay, gut, ich werde es nicht tun. Ich suche mir eine andere Lösung. Natalie weinte und Caleb setzte sich. Okay, es tut mir leid. Bitte wein nicht. Lass uns das besprechen. Du wirst nur Schauspielern und das ist nur für einen Monat, richtig? Und bist du dir sicher, dass du eine große Summe bekommst? Ja. Ich werde nur die falsche Freundin sein. Und ich werde mich niemals in den Idioten verlieben. Okay, aber nur unter einer Bedingung. Welche? Ich werde mich nicht mehr überlegen.